Wird die Dezember-Rente 2022 erst im Januar 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Klassiker an sich unter den Anfragen, die uns jeden Tag auf Rentenbescheid24.de erreichen. Auch hier wieder das Thema an sich, die Rentenzahlung im Dezember 2022. Wann kommt die Rente im Dezember 2022? Zwischen Weihnachten und Silvester oder erst am 2. Januar 2023, den Montag, weil der 31.12.2022 ein Samstag, der Silvestertag ist. Der 31.12.2022 ist ja bekanntlich, wie ich es gerade gesagt habe, ein Samstag. Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage sind grundsätzlich keine Bankarbeitstage. Somit wäre es ja naheliegend, dass die gesetzliche Rente erst am 2. Januar 2023, also am Montag, nach dem Silvester, gezahlt wird. Aber so ist die Regel eben nicht. Der letzte Bankarbeitstag im Monat Dezember 2022 ist der Freitag, der 30.12.2022. Und genau an diesem Tag erhalten unsere Rentnerinnen und Rentner ihre Renten entweder für den laufenden Monat Dezember nachschüssig gezahlt oder für den Monat Januar 2023 vorschüssig gezahlt. Kommt also darauf an, wann er oder sie die Rente erstmals erhalten hat. Also keine Sorge, der letzte Bankarbeitstag im Jahr 2022 ist der 30.12.2022. Und so muss laut Gesetz die Rente genau an diesen Tagen auf die Konten Millionen Rentnerinnen und Rentner gutgeschrieben werden. Sollte es bei dem einen oder anderen nicht so sein, so wäre das sicher nur eine Ausnahme oder ein technischer Fehler. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenscheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Weihnachtswoche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine rente.